Einen ganz wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns einen speziellen Konstruktor sozusagen angucken. Das machen wir nächstes Mal nochmal, denn Kotlin hat 3 an der Zahl. Das hier ist der sogenannte primäre Konstruktor gewesen, in dem wir hier einfach sagen, okay, jeder Kreis braucht beim Erstellen einen Radius. Und das haben wir auch hier offensichtlich richtig verarbeitet. Damit sind wir alle glücklich. Jetzt gibt es allerdings noch zwei weitere Konstruktoren, die auch teilweise sinnvoll sein können. Und zwar sogenannte Init-Blöcke. Das ist das, was wir heute behandeln wollen. Init-Blöcke sind folgendes. Im Endeffekt wird wirklich dieser Code hier von oben nach unten durchgeackert. Das heißt, hier steht offensichtlich gerade, wenn wir einen Kreis erstellen, dann definieren wir diese Variable Radius und setzen die auf Radius. Das bekommen wir beim Erstellen vom Kreis mit. Dann haben wir eine Funktion get. Gut, okay, die brauchen wir nicht ausführen. Haben wir eine Funktion set, brauchen wir nicht ausführen. Dann definieren wir uns noch eine Variable isValidCircle. Und die wird so berechnet. Dann haben wir noch eine get und die wird auch nicht berechnet. Und eine Funktion area wird auch nicht berechnet. So, jetzt kann ich natürlich noch sagen, hey, hier muss noch explizit Code rein. Zum Beispiel sowas wie ein Printline. Ähm, hallo, äh, hallo Kreis oder sowas. Also einfach quasi irgendwas, ja. Und das kann ich, also irgendwelche Funktionen, die aufgerufen werden, während eben zum Beispiel unser Kreis erstellt wird. Ja, das ist immer dann, wenn der Kreis erstellt wird. Das ist jetzt nicht direkt, wenn das Programm ausgeführt wird, sondern jedes Mal, wenn der Kreis erstellt wird. Also hier oder bei jedem anderen Kreis, den wir erstellen. So, das darf ich aber so nicht machen, denn, ähm, ja, so kommt Kotlin ein klein, oder so kommt der Compiler einfach durcheinander, weil man hier eigentlich nur zur Übersicht, ähm, Member definieren darf. Das heißt, solche Sachen wie der Radius oder eben Funktionen. Die darf ich hier definieren. Alles andere ist ein kleines bisschen unsinnig und sollte nicht gemacht werden. Deswegen gibt es sogenannte Init-Blöcke. Und ich kann derer haben, so viele ich möchte. Ich muss einfach nur hinschreiben, Init. Und dann weiß der Compiler Bescheid, ah, das ist Code, den wir zum Erstellen, upsala, den wir zum Erstellen von unserem Kreis benötigen. Was wir in dem Fall nicht unbedingt tun, aber das weiß der Compiler ja nicht. Halt, stopp, das wollte ich nicht. Ähm, und ja, jetzt wird im Endeffekt einfach hier von oben nach unten dieser Code ausgeführt. Das heißt, es wird eine Variable Radius erstellt. Diese Variable wird festgelegt, dann wird eine Get-Funktion für den Radius erstellt, dann wird eine Set-Funktion für den Radius erstellt. Und dann kommt dieser Init-Block, der einfach nur ganz normaler Code ist. Und da können wir auch Sachen berechnen lassen oder sowas, wenn wir das wollen. Ähm, wir können Funktionen aufrufen, also wirklich Funktionen auch von unserem Kreis zum Beispiel. Wir können eigentlich so ziemlich alles machen. Wichtig ist nur, dass das Ganze von oben nach unten ausgeführt wird. Das heißt, die Variable ist ValidCircle, die haben wir hier noch nicht berechnet. Zum Beispiel, ja. Ähm, und wir können das gerne mal kurz ausgeben lassen. Also ich mache jetzt hier einfach mal Hallo Kreis, ja. Dann sehen wir, was hier gerade so passiert. Wir erstellen hier unten ja einen Kreis gerade. Und lasst uns das mal ausgeben. Dann sehen wir hier also einen Hallo Kreis, bevor natürlich hier der Radius und die Area ausgegeben wird. Denn das wird als Teil ausgeführt vom Erstellen von unserem Kreis. Das ist sozusagen eine Art Konstruktor. Das wird ausgeführt beim Erstellen, ja. Das ist im Endeffekt das, was ein Konstruktor ist. So, was wir jetzt hier machen können ist, wir können uns ja mal, wieso machen wir das nicht in ein separates Statement? Ähm, wir können uns ja hier mal den Radius auslesen lassen, okay? Und das würde ich tatsächlich mal so machen. Radius und dann machen wir in der nächsten Zeile, machen wir isValidCircle, isValidCircle. Und dann machen wir in der letzten Zeile mal noch die Area. So, und dann sehen wir direkt, was davon funktioniert. Achtung, Area ist eine, ist ein, ähm, ist was anderes, ja. Ja, okay, schade, wir sehen es nicht. Ähm, Area ist ja eine, eine Methode, okay? Und dieser InitBlock wird ausgeführt, nachdem wir hier diese Public Variable Radius gesetzt haben. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dieser isValidCircle ist zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht initialisiert. Weil es ist quasi angegeben, dass sowas existiert, aber die Berechnung, die wird erst nach dem InitBlock ausgeführt, ja. Das heißt, das hier ist ein illegales Statement hier, weil wir eben diesen isValidCircle noch nicht berechnet haben. Ähm, ich dachte, ich kann es euch leider zeigen, aber Kotlin ist zu intelligent für mich. Ähm, das heißt, ich kann es euch nicht zeigen, weil mir einfach der, der Compiler schon direkt einen Fehler schmeißt. Das heißt, ich kann das Skript gar nicht ausführen oder das Programm nicht ausführen. Ähm, sprich, ja, ähm, funktioniert so nicht. Ich muss das leider rausnehmen, um euch das gleich zu zeigen. So, und jetzt sehen wir hier, hallo Kreis, dann geben wir den Radius aus und dann geben wir schon die Area raus. Das heißt, die Area können wir schon berechnen. Das ist absolut kein Problem, ja. Wir können Methoden hier drin aufrufen von unserem Kreis. Problematisch wird es jetzt allerdings, wenn ich zum Beispiel sowas mache. Ja, das ist ja im Endeffekt völlig okay. Und jetzt schauen wir mal, was dabei passiert. Ich mache hier mal noch ein Printline, ähm, und da mache ich ein paar Striche. Ups. Da mache ich ein paar Striche rein, damit wir sehen, was hier rein in den Init-Block gehört und was nicht. Und jetzt sehen wir gleich, was ich meine. Hier steht nämlich, hallo Kreis, dann wird der Radius verwendet mit 1,0 und dann wird hier die Area berechnet mit 0,0. So, was ist jetzt gerade passiert? Ich übergebe hier mal was anderes. Ich übergebe hier mal 50 an unserem Kreis als Radius. Okay, und dann wird es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. So, wir sehen hier, der Radius, der wird mir irgendwie hier richtig angegeben. Aber meine Area wird hier offensichtlich falsch angegeben, innerhalb dieses Init-Blocks. Ja, der Init-Block wird als allererstes ausgeführt. Nun, warum wird mir hallo Kreis richtig ausgegeben? Weil es einfach nur ein normaler String ist und genauso hier. Warum wird mir jetzt aber hier Radius richtig ausgegeben und ist 50? Und warum kommt hier unten eine 0 raus? Das sind Fragen, die wir nächstes Mal, nein, natürlich nicht nächstes Mal, ich bin ja kein Cliffhanger-Man hier, sondern das liegt einfach daran, dass Radius sich nicht auf diese Variable hier bezieht, sondern auf diese Variable hier oben. Wir sagen hier nicht this.radius, denn das würde zu einem Fehler führen, denn, ja, der this.radius ist noch nicht initialisiert. Der wird erst unter dem Init-Block initialisiert. Das heißt, wir dürfen den noch nicht benutzen. Aber was wir benutzen dürfen ist, den Radius, den wir hier übergeben bekommen. Und den schnappt sich mein Konstruktor oder mein Init-Block hier automatisch, okay? Das ist nicht dieser Radius, sondern dieser hier oben, den wir hier ausgeben, ja? Und bei dem isValidCircle, naja, der ist halt noch nicht initialisiert. Den können wir noch nicht ausgeben. Okay, das heißt, diese 50 sind nicht diese 50 hier, die existieren zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern diese 50 hier oben aus unserem ersten Konstruktor, aus unserem primären Konstruktor. Gut, erste Frage ist geklärt. Zweite Frage, warum steht hier 0,0? Das könnt ihr euch jetzt schon denken. Nun ja, wir haben hier die Berechnung von der Area. Funktionen sind schon durchaus verfügbar in den Init-Blöcken, aber leider absolut nicht abgesichert. Und das heißt, diese Funktion wird einfach so ausgeführt, wie sie hier steht. Es soll ein Double zurückgegeben werden, der this.radius. Hier verwenden wir this.radius. Und diese Überprüfung findet nicht statt, ja? Das müsst ihr selber im Kopf machen. Dieser Init-Block hier, wenn ich hier versuche, auf this.radius zuzugreifen, dann geht das nicht. Wenn ich aber hier eine Funktion aufrufe, die auf this.radius zugreift, dann geht das. Und das macht Area hier ja gerade. Das heißt, wir sehen hier, ah, okay, das ist jetzt offensichtlich schwierig, weil hier diese Variable existiert ja noch gar nicht. Genau so ist es mit der. Und gut, Pi ist halt einfach Pi, ne? Und hier kommen jetzt Default-Werte zum Tragen. Das heißt, wir haben hier für unseren Radius automatisch 0,0 einfach als Standardwert, weil jeder Double, der nicht initialisiert wird, ist intern trotzdem 0,0. Das sollte aber natürlich eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollte mir Kotlin hier einen Fehler ausgeben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in der späteren Version noch kommt. Das heißt, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist, ihr könnt Funktionen aus den Init, ähm, innerhalb der Init-Blöcke aufrufen, aber ihr müsst extrem vorsichtig sein, was diese Funktionen tun. Die dürfen keine Variable verwenden, die erst nach eurem Init-Block, ähm, deklariert wird und auch definiert wird. Das heißt, zum Beispiel Radius darf ich hier nicht verwenden, also meine Funktion Area darf hier Radius nicht verwenden, sonst kann entweder ein Fehler auftreten, oder, ähm, es kann hier einfach ein falscher Wert ausgegeben werden. Und genauso ist Valid Circle, dürfen wir auch noch nicht verwenden. Gut, soviel zum Thema Init-Blöcke, ähm, und ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Halt, stopp, äh, kleines, kleines Add-on fällt mir gerade noch so auf. Ähm, ihr könnt natürlich mehr als einen Init-Block haben. Ihr könnt denselben, denselben Init-Block hier unten drunter haben und hier auch nochmal haben. Ihr könnt hier auch was völlig anderes drin machen. Ähm, und hier zum Beispiel nur das ausgeben. Also, ihr könnt so viele Init-Blöcke haben, wie ihr wollt. Die werden dann einfach immer der Reihe nach ausgeführt, ja. Ähm, und ihr könnt auch innerhalb der Init-Blöcke komplett das machen, was ihr, was ihr machen wollt. Also, ihr könnt da Funktionen aufrufen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt das nochmal ausführe, dann sehen wir hier, dass der Radius hier, äh, der, der Kreis beim ersten Mal nicht funktioniert. Also, der, die Flächenberechnung Area funktioniert beim ersten Mal nicht. Beim zweiten Mal funktioniert sie. Ja, aber warum funktioniert sie denn da? Das ist eigentlich relativ simpel. Hier existiert die Variable Radius schon und ist richtig gesetzt. Das heißt, das funktioniert. Und hier unten genauso dasselbe. Das heißt, ja, null kleines Add-on hier noch gewesen. Ähm, ihr könnt so viele Init-Blöcke haben, wie ihr wollt. Und ihr könnt auch so viel darin machen, wie ihr wollt, im Endeffekt. Gut, jetzt war's das aber wirklich. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.